Gehen, wo die Türschlampe ist? Ich frage jetzt, kommt man unten wieder durch, oder was? Oder kommt man irgendwo durch? Na klar, unten wieder raus. Ja, hier ist aber nichts auf. Durch Fenster kommt man doch nicht hoch. Stimmt, durch Fenster kommt man nicht hoch. I need a ladder to climb out. Findet man hier wieder einen Leiter, oder was? Hier irgendwie wieder einen Leiter, oder was? Oh fuck, ich bin jetzt ganz unten, da in diese Holz zurück. Ja. Das wahrscheinlich auch. So sein muss, was es hier so doll sind. Hier ist nichts. So, Mann, Ratschk. Alter, müssen wir vielleicht da hin, wo wir das erste Mal die Selbsterschießungstanten gesehen haben? Ey, hier steht jetzt alles unter Wasser. War schon vorher so. Nein. Doch. Ach, guck mal, hier kann man jetzt sogar tauchen. Nee, guck mal, da, wo das erste Mal die Erschießungszombies waren. Ja, diese weißen Tanten. Da ist jetzt alles unter Wasser und die Tür ist rauf. Du kannst da auch tauchen. Wo die ist das erste Mal? Und da geht's jetzt... Ach, Mann, da... Warte, wo waren denn die? Na, da, wo die schwarze Holz zwischen war, bist du schon richtig. Und dann da einfach, ähm, durch den Gang, auf die Treppenhaus und dann runter. Da ist ja... Ja, ja... Aber... kommst du da rüber? ich komm da nicht rüber ich auch nicht das war der Weg frei, aber... Aua! Achso, ich ertrinke Schlau muss man vielleicht ducken und schwimmen? oh, weg gar nicht oder? ich komm rüber ja, ne? so, man springt so rüber oh, kann ich das Handy? oh, man kann das Handy unter Wasser? nein, über Wasser ja, das weiß ich auch unter Wasser nicht, nein, das ist ja... das wäre ja... aber wo lang geht's? oh, in den Raum geht's herein die Leiter Arsch, da ist die Leiter und Inventar voll, was soll ich denn jetzt wegwerfen? Mann, ho! ja, jetzt ist das Schnellschussgewehr, ne? die, 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 die dicke Wummer da bleibt ja nichts anderes übrig nicht nicht, aber... muss, ne? ja, muss tust du die weg? ja ich würd... oder... ich würd sagen, ganz ehrlich, tu den Schlagstock weg weil, guck mal, du hast zur Not noch die Faust ja, stimmt auch wieder ich mach den Knüppel, äh, den... der kann ja genauso wenig unter Wasser bleiben, wie... wie er, ähm, laufen kann, ey ich fall auf ich hab jetzt den Knüppel weggetan also den Polizeistock weil, ganz ehrlich, ähm, die große Wummer bestimmt nochmal für irgendwas gut außerdem kann man damit auch schlagen ja, bestimmt außerdem brauchen wir noch meine Waffe spätestens wenn die Handwaffe kommt, tausche ich das aus oder die Fuse kommen ja dann auch weg, dann haben wir ja wieder Platz genau, dann haben wir wieder extrem Platz aber warum ist es jetzt lang? ja, wieder zurück und die Leiter da die Leiter da very good Deutsch ich höre immer noch die scheiß Betten, alter das ist... die Sche... hast du die nicht weggebratzt? ne, wie denn ohne Mutation ja, schon wenn ich keine Muni ich hatte was welche zum Glück Nein, Alter, das Spiel ist so ekelhaft Ja, ich könnte jetzt den Schlagschock eigentlich wiederholen, nachdem ich die Ladder platziert habe, ne? Stimmt, aber will man dann nochmal zurückgehen? Komm, ganz ehrlich, wie gesagt, die Forst hat man Schlagschock ist auch nicht sehr viel besser als die Forst, also ganz ehrlich Raus und speichern erstmal Wo war denn die Leiter? Ach ja, müssen wir erstmal wieder zurück Alter, jetzt wieder ganz zurück, ne? Mhm, das ist ein ewiges Hin und Her hier Ja, ne, die Frage ist nur, wo jetzt die anderen zwei Fusen hin tun So, jetzt kann man rein und raus Oder ist die Leiter hier weg? Boah, nee, da muss man ja jetzt wieder bei den Fischdingern vorbei, ne? Ich hoffe, die sind jetzt nicht wiedergesporned Die Tauchdinger mit so Boah, Alter, aber Scheißgeräusche müssen nicht sein Oh, nee Ich hab die gar nicht getötet, ob die noch da sind Alter, ist das so dunkel, ich seh nichts Ich seh gar nichts mehr, ohne Witz Alter Ich seh gar nichts mehr Achso Wie wär's, wenn ich das Licht anmache? Gute Idee, war Alter, diese Sounds, ja? Ja? Ja, ne, die ist ab, aber Ich kann mich vom Arsch decken Wo geht's denn lang hier? Hier geht es Hier ist die Leiter Waren da jetzt Fischer? Nö, bei mir waren keine mehr, aber Doch, bei mir sind noch welche, die folgen mir jetzt Renn durch Ich renne einfach durch, das ist mir doch egal Sie können nur rumbrüllen, wie sie wollen Na, dann lauft die scheiß Leiter hoch Okay, wir haben's auch noch nicht geschafft, da kommt ja dann nochmal Wasser Ich weiß Was ging's denn hier? Aber da hab ich auch eigentlich alles plattgemacht, da gab's ja nur einen Weg Das dürfte bei dir auch nichts mehr sein, bei mir ist so Ja, die hab ich ja alle getötet Uiuiuiui, Alter, das Spiel, ne? Doch, da war noch was Ich weiß zwar nicht wieso und warum, aber naja Das müssen wir jetzt nicht gleich jetzt in dieses komische Haus wieder kommen Speichergerät, hooooh Speichern Hohoho Was ist denn das Speichergerät? Nach den ganzen Leitern und so Direkt? Oder muss man dann den Gang da noch lang laufen? Ja, den Gang da noch Du bist ja ziemlich schnell, ne? Ich denk immer so, oh ich geh voll weit vor so, aber Du bist immer eigentlich ganz hinter mir Okay Das ist ja jetzt das Spiel krank Das ist natürlich Äh, das ist natürlich Warte Hanson Square Ähm Ähm Warte, die Hanson Square Wo war die denn? Wie kommen wir denn da hin? Bei diesem scheiß Doktor Wie sind wir denn da rausgekommen? Ähm, warte Überleg mal mit Ich bin schon wieder auf dem Platz, ne? Auf was für'n Platz? Na, da Ich bin jetzt wieder bei dem Van und dem anderen Van Die Bushaltestelle Da wo der erste Baum war Ja Du musst da jetzt wieder ins Apartment natürlich rein, ne? Ja, dann dieses Haus, ne? Na klar Die Treppe hochgeht und dann die weiße Typen Und dann? So, ach so Warte, oh ich hol mir jetzt von unten die Taschenlampe Ja You got the clock tactical light Okay, was kann die? Gar nicht Schießungstante Dann bist du falsch gegangen Hä, diese Taschenlampe kann man nicht usen? Kann man auf kein Ding legen? Die braucht man vielleicht noch für irgendwas? Hm, ich wollte sie mal Ähm Wo sind Wo? Bin ich falsch gegangen von der Tür her? Oder bin ich falsch gegangen von Irgendeine weiße Tür muss da aufgehen Na ist ja, aber Achso In dem Raum Ich hab überhaupt keine Waffe womit ich mich selbst erschießen kann Wo? Wo war denn dieser scheiß Doktor Wo wir aus der Bushaltestelle dann Äh, aus der Haltestelle und uns Ey, guck mal Wenn du hier guckst Hier ist schon von Anfang an auch im Bus Schon gleich so ne ähm Lampe So, Inventory Fall Ach, das ist für die Glock Für die Handwaffe Ne Taschenlampe Die kann man da unten ran machen Da ist mal ne Taschenlampe an der Waffe gleich dran Glock Geil Für die Pistole oder was? Ja Ja Warte, dann droppe ich kurz ne Fuse Hier habe ich nämlich ne Pistole Kombinieren mit dem Jo, das geht sogar Du hast ne Pistole? Ja, in dem Bus glaub noch eine Warte, du bist schon im Bus? Ja Muss ich jetzt hoch oder runter oder Ich weiß gar nicht wo ist es lang